Die Preise für Immobilien sind bis zuletzt rasant gestiegen. Experten erwarten, dass dieser Preisanstieg 2018 nachlassen wird. Eine Trendwende ist trotzdem nicht in Sicht. Quelle Deutsche Presseagentur der vielerorts starke Anstieg der Immobilienpreise in Deutschland dürfte laut Experten 2018 an Dynamik verlieren. Doch einen Kurswechsel sehen Sie nicht, auch wenn der Immobilien-Boom schon ein Jahrzehnt andauert und damit länger als üblich. Nun ist zumindest etwas Erleichterung in Sicht. Die Preise dürften weiter steigen, aber weniger stark als in den Vorjahren, sagte Rainer Braun, Vorstand beim Analysehaus Anglia Eka. Der stärkere Neubau dämpfe den Auftrieb, auch wenn das Ziel für hunderttausende neue Wohnungen bundesweit erneut verfehlt worden sei. Großstädte bleiben beliebt in den vergangenen Jahren, habe es viele Sondereffekte gegeben, die den seit 2007 laufenden Anstieg der Immobilienpreise verlängert hätten, sagte Braun, etwa die Niedrigzinsen und die starke Zuwanderung von Flüchtlingen 2015. Nun fehle es an zusätzlichen Impulsen. Zudem seien die Kaufpreise den Mieten vorausgelaufen. Auch der Zentrale Immobilienausschuss, CIA, ist mit Blick auf die Immobilienpreise zurückhaltend. Sie sind vielerorts schon sehr hoch, sagt Präsident Andreas Matnär. Die Preise dürften daher im Schnitt zunächst stabil bleiben. Die Bedingungen seien aber robust, eine Trendumkehr erwartet der CIA nicht. Die Wirtschaft brummt, die Zinsen dürften absehbar niedrig bleiben, und es ist viel Geld im Markt. Gerade die Großstädte blieben beliebt. Der Trend zum Wohnen in den Innenstädten ist ungebrochen. Bundesbank Keine deutschlandweite Blase Laut Anglier-Ecker-Daten haben die Immobilienpreise in Deutschland dieses Jahr kräftig angezogen. In den ersten drei Quartalen 2017 verteuerten sich Eigentumswohnungen um 7,8 Prozent, gemessen am Vorjahreszeitraum. Ein und zwei Familienhäuser um